Wenn ihr selber Fortnite spielt und mich unterstützen wollt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr in Fortnite im Item Shop den Creator Code Sellywill3108 eingeben würdet. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und nun wünsche ich euch viel Spaß beim nachfolgenden Video. Jo, was geht meine Selvielisten? Willkommen zurück zu Fortnite und heute zeige ich euch, wo ihr Fortnite Nummer 79 finden könnt. Jetzt dürft ihr eurer Leidenschaft freien Lauf lassen, denn in der Herausforderung steht zu finden in einer Spielhalle. Ja, wo befindet sich die Spielhalle? Ist eigentlich ganz simpel, ihr müsst einfach nur nach Megamall. Ihr landet dann in Megamall in der Mitte, geht dann dort in den ersten Stock hoch, lauft dann dort Richtung Westen und dann werdet ihr auch schon relativ schnell die Spielhalle finden. Und dort hinter der Theke ist keine hübsche Bedienung, sondern das Fortbyte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Spielen in der Spielhalle und nebenbei das Finden des Fortbytes. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen und wenn ihr neu hier seid, natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut! Haut's rein und ciao ciao!